Du bist nicht runtergefallen oder? Nö Doch bist du Kann sein Ah das neue Pluppern, ich denke immer irgendwo sind diese Slimeys unterwegs Letzt mal einfach fackeln Ja mach ich Da Bist du jetzt auch hinter mir oder was? Naja Hier warst du auch schonmal Ich weiß Ach lol Hä? Das ist das Ding hier, warte ich setz hier fackeln durch Machst du das nie mit dem was einmal? Doch Aber ich würde gerne sehen ob es hier irgendwo vielleicht eine Minenschacht gibt Oh das nervt hier Du meinst du los rein? Ja Ja Das wärs ja noch Seht ihr denn oft in solchen Dingern? Diamanten Wuhuuu Hehehe Wow das sind Käterwein Das ist ne große Quelle gewesen Ja ich geh mal um die Ecke rum und da hole ich mir direkt die Diamanten Ja ich geh mal um die Ecke rum und da hole ich mir direkt die Diamanten Löschen Ja ich hab kein flüssiges Wasser mehr ich bin nicht mehr flüssig So Leute ich geh jetzt wieder runter in meine Mine Alles klar macht das Hehehe Hehehe So ich hab eine Bergbank dabei Oh Oh ich hab Vergessen dass ich essen muss Ja ich hab noch ein bisschen Jetzt du das erwähnst Ja ich hab noch ein bisschen Grohes Hühnchen dabei Waaah Waaah Spinefleisch Alles klar Boah wie die fressen Das ist unglaublich Ja oah Das ganze Wasser was hier von links und rechts kommt So Wasser ist gelöscht Ok Aber ohne dich komm ich trotzdem nicht weiter Ich hab nämlich keine Fucke mehr Hier ist aber dead end Oah Dafür hast du zu geschlagen Ja Was? Ist der Engländer? Nein er ist behindert Hier gehöre ich nicht hin Ich bin jetzt hier raus Hier gehöre ich nicht hin Ich bin jetzt hier raus Hier gehöre ich nicht hin Ja ich muss meinen Eingang finden Oh Läuft halt nicht Sollen wir mal nen Apfel essen? Was denn? Nix nix ich wollte nen Apfel essen Deswegen bin ich runter gesprungen Mach mal jetzt Gold Ja Ah ihr Pisser Ich weiß nämlich jetzt wo ich rein muss Ich brauche hier eine Scheiße zusammen Ähm Wenn du auf der Suche nach deinem verlorenen Zeug gehst Die 5 Minuten Grenze ist um Das ist weg Ja das ist jetzt Schade Das ist blöd gell Egal Hier ist auf jeden Fall noch genug Redstone und Kohle Mal strecken ein bisschen Redstone mit Eigentlich könnten wir schon fast einen Diamanten Eine Diamantenrüstung komplett durchsuchen Ey hier ist noch ein 2 Hier grenzt gerade ein 2ter Riss rein Wo ich hoch gegangen bin Ja warte ich hab's noch kurz gefunden Alter Ne Ich dachte ich hätt schon wieder einen Spawner gefunden Aber es war der von hinten Ach Dann hätt ich geschrieben Ich hab einen Haufen nur Ressourcen hier in dem Riss drinnen Boah ist der weitläufig Ich darf mal meinen Höhleneingang finden Bist du aufgeregt? Ja man findest du trotzdem selten solchen Rissen finde ich Jaaa Wieso bist du aufgeregt? Weil ich hier ganz klar in meinem Höhleneingang bin Dann weiterbuddeln kann Du machst dich ganz wuschig Jaaa Du machst dich ganz wuschig Jaaa Ehrlich Wow Don So viel Gold hab ich noch nie in meinem Leben gesehen Wie du hier gerade ausgebuddelt hast Jaja Ich hab noch nie so viel Ressourcen auf einen Ort gesehen Da ist noch mehr Gold überall Also hier können wir auf jeden Fall Einiges noch farben gehen Jaaa Ich hoffe es geht bei mir auch Wenn ich den gleich mal den Eingang wieder finde Hast du auch sowas gefunden wie wir? Ja krass Ich glaub Bunsen hat noch nie sowas gesehen Wenn du das hier siehst Da flippt der aus man Da flippt der aus man Ja man Arbeit 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 Das ist doch aus Warcraft Ja Das ist cool Ja man Oh Gott Nee oder Hä? Das hast du gefunden? Hier ist der nächste Hier ist der nächste Riss doch Scheiße Ich wollte eigentlich nur schnell noch irgendwie den Riss hier erforschen Und dann kommst du hier von einem in den nächsten rein Hm Bist du sicher dass das nicht derselbe? Nein Das kann nicht derselbe sein Fuck Das ist nicht wahr Ey fuck it Ich mach mal hier wieder eine an die Wand Wir müssten einer links einer rechts an der Wand entlang Weil dann Übersehen wir nichts wenn oben oder irgendwo was ist Hier ist wieder Gold Ich glaub mit Ressourcen können wir uns allein durch diese Risse hier totschmeißen Womit können wir uns totschmeißen? Mit Ressourcen allgemein oder? Wo steckst du denn jetzt wieder? Ja ich bin hier in eine Richtung bin ich jetzt komplett durchgegangen Da wo du die Brücke gebaut hattest Ach hier nochmal Alter ich hab Diamanten gefunden Ja Ja Diamanten glaub ich gar nicht mehr dass sie so selten sind Ja der hat mal was ganz Neues Für Bunsen ist das Aua aua nein 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 Boah Ja toll 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 Chill Das war dann auch Wo bist du denn hin? Das sieht nach Lava aus Das sieht nach Lava aus Das sieht nach Lava aus So wir gehen gleich zurück und kriegst da auch ne Diamant-Axt Hacke Ja ich weiß wo ihr seid Ne du weißt nicht wo wir sind Wir wissen selber nicht Ja Ich hab's gesehen Wie er geschrien hat Und das hier um 3 Uhr nachts oder so So hier geht's aber jetzt auch nicht mehr wirklich weiter Der Arm Ich will hier raus Mann Ich will nur noch die Diamanten dann aber hier raus hier Daoni kannst du mich kurz absichern bitte Warte ich sichere dich gleich ab Ich muss mir da kurz was angucken Ich bin da jetzt gerade mal ganz spitz drauf So Moment Geht die Diamanten Axt wohl? Ich hab'n Spawner gefunden Kier? Echt? Ja Weißt du hat der wirklich? Was ist das für einer? Zombie? Keine Ahnung Jungs Jungs Geht die Diamant-Axt denn kaputt oder kann man mit der die ganze Zeit machen? Irgendwann geht kaputt Aber die braucht eigentlich eigentlich die Leute Ah das ist ein Zombie-Spawner und der kommt da raus gelaufen Hey Ich schmeiß die die runter Damit kann ich aber alles abbauen Wie mach ich mir ne Diamant-Axt? Hä? Kann ich grad nicht sagen Warte mal ich muss hier Ich baue wahrscheinlich dreimal Diamant oder so ne? Äh Könnt ihr euch damit so ein bisschen beeilen? So Weizen mit einem Eimer und so Zeug Komm schon alles raus Ey scheiße man Das ist auch ein blöder Zombie-Spawner Der ist jetzt nicht so Ey da unten sind überall Fahrungspunkte Kann man keine Gold abmachen? Ja dann nehmen sie die doch Ja war hier noch irgendwas? Gold abbauen? Nein kann man keine Goldspitzhacke machen Ja Also hier Ich werd mich jetzt einfach mal grad nach oben buddeln ne? Oder zumindest ich werd irgendwo ein Schacht Ja das ist doch das Schlaueste was man machen Creeper Pass auf Junge pass auf Du hast sieben Diamanten Du darfst dich verstellen Hier ist Hier war mir schon mal Da wo ich gerade durchgegangen bin Jungs Jungs Kann man ne Goldspitzhacke machen? Ne Goldspitzhacke? Ja Ja aber die ist Nein das ist die beste Spitzhacke die du haben kannst Aber die hält überhaupt nichts aus Nein das ist der Nachteil daran Aber Wow Oh mein Gott Oh mein Gott Ich hab Was ist da oben los? Ja ich geh jetzt hier runter Ich brauch nur ein Schwert Ich buddel mich hier nach oben Was ist das denn? Was haben die denn davor? Siehst du die? Ja ich schieße den Bogen drauf Aber alter lass uns hoch buddeln Ja ich buddel ja auch senkrecht hoch Wo steckst du jetzt? Direkt über dir Ich bin schon dabei senkrecht nach oben zu gehen Ich geh jetzt durch die Decke Autsch 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 Ach du hast dich einfach mit dem Dingsdach hoch gesetzt Jaaaa Du weißt wenn du da runterfällst bist du Matsch Ja das weiß ich wohl Das ist extrem dämlich Und ich machs dir genau noch gleich Ich bin nicht besser Ich bin nicht besser Du machst das mir nach Der Bunsen der dreht schon wieder durch weil wir hier so Ich drehe echt durch alter Wir sind sogar doch Oh nein Sand 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 Oh Gott von oben kommt Sand Nicht dein Ernst Ich hab's überlebt Warte ich stell mich genau darüber wo du bist Und mach dir wenigstens den Sand über den Kopf weg Nein tust du nicht Weil ich mich nicht so wie du nach oben buddel Ja ok mach was du willst Wo sind wir denn hier Was du machst ist des Wahnsinns Ja das Problem ist du hast jetzt Ah ne wir sind Boah Wie weit wir weg sind Das ist mein ganzes Zeug Mein Herz Ok ich komm jetzt auch raus Ok wir haben Redstone und Eisenwild Das erste was wir machen ist ein Kompass bauen Eine Karte meinst du? Hä? Ne Karte Wir müssen auf jeden Fall in die Richtung Und irgendjemand muss sich dann mal an der Oberfläche Um Essen kümmern und so Aber ich denke mal wir machen dann jetzt gleich Schluss oder? Nein! Nein! Warum nicht? Ähm weißt du nicht Ich weiß wo wir sind Downy Ob du's glaubst oder nicht Ich bin doch schon Ich weiß auch wo wir sind Ich bin doch schon wieder bei unserem Lager hinten Ersthaft? Ja Kann mir dann einer mal eben da so ne Eisen äh ne Diamantspitzhacke machen Dann komm ich eben hoch Wenn du die verlierst Junge dann bist du dran ne? He Du findst doch den ganzen Tag Der Mann Boah Und irgendjemand muss sich um die Kisten kümmern Das sieht ja aus hier Also ich denke wir haben jetzt erstmal so viel Reichtum aus dem Boden gezogen Ja also Ich mein so richtig Angewiesen sind wir erstmal nicht mehr drauf Itemtechnisch haben wir wirklich ne ganz auf Kiste richtig bodenvoll gemischt Aber Warte ich komm jetzt erstmal eben zu euch Ja wir können uns jetzt mal langsam Also morgen irgendwie ums Häuser bauen und so kümmern Ja können wir ja da mal gucken Warte wo seid ihr jetzt? Wieder da oben? Jo Ups An unserem Spawn oder? Ich frag mich was Stefan sagt wenn wir jetzt doch noch ankommen Ach wir haben eigentlich nichts besonderes gemacht Nein Nein Wir haben ganz normale Rohestoffe gesammelt Rohestoffe Rohestoffe Ich sag immer Rohestoffe Warum sag ich immer Rohestoffe? Warte ich komm jetzt erstmal wieder zu euch Wir haben nicht mal irgendwas anständiges gebaut wollte ich können sagen Wir haben echt nichts gebaut Wir haben mal eine Cobblestone Kiste gell? Ich hab mich ein bisschen verlaufen Boah Mein Herz alter Das war das Schwichbar Boah Ich hab's gehört Ey ich komm grad die Treppe Auf einmal macht das bumm Ja Du bist schon wieder zu Hause? Ja ich bin hier Downy? Ja ich bin schon die ganze Zeit hier Wie bist du da gelaufen? Wie bist du da gelaufen? Dem Flusslauf entlang in Richtung Berge Ja bin ich ja Du siehst den verschneiten Wald oder? Ja 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 den verschneiten Wald Ja den musst du hinter dir lassen und musst in Richtung Berge laufen Also der verschneite Wald Nicht in den Reihen gehen oder so Also im Gebirge bin ich schon Da ist dann so ein Fluss lauf Also im Gebirge bin ich schon Da auch nie Ja Diamant Axt Ähm bau dir eine Hier hinten sind Diamanten drin Dann brauche ich die anderen ja nicht mehr Dann brauche ich die anderen ja nicht mehr Und oben kannst du ein Cobblestone rein Oben sollte nur Cobblestone rein Oh sorry So bete dass der Fluss tief genug ist Denn wenn ich jetzt da runter springe Ja ist er Aber ich brauche dringend was zu fressen Sonst werde ich ja auch noch verrecken wie ein Hund Aber wie baue ich ne? Wo sind wir man? Warum wirst du denn eine Echse in die Ecke? Ja Wo ist die Hunde damit? Was ist denn los mit dir? Ja was soll ich damit? Geht dir die Ecke und wirft das Zeug deinem Wir hätten das wohl aufnehmen können Ich glaube da hätten wir Wir hatten echt Spaß Ach das ist auch egal Wie mache ich jetzt ne Diamant Axt? So wie ne normale Axt auch? Ich hab alles aufgenommen Echt? Ja die komplette Zeit Ich werde halt irgendwelche 30 Minuten Parts machen oder so Ich werde richtig Spaß haben beim Gucken Ach das hast du ja auch mit aufgenommen? Ja natürlich So dann brauche ich ja noch Warte ich mach nochmal eben paar Fackeln Ey die hatten vor mir einen Eisenhelm gedroppt Ich bin so ein Glückspilz heute Warte mal Du bist der King alter Ganz ehrlich Hast du einen Eisenhelm gedroppt bekommen? Ey wie war nochmal Fackel? Hm? Unten Holz Oben Kohle ne? Unten Holz Oben Stückchen Ne andersrum Unten Holz Oben Stückchen Alles klar Das hier ist unsere besondere Kiste Ah ich seh unseren Berg Ich seh den Berg wo die Quelle rauskommt Alter lass ihn mal verarschen Warte mal Wen willst du verarschen? Nein niemanden verarschen wir hier Das vorhin schneidest du natürlich raus mit dem aufgenommen ne? Ja ja Das wirkt ja nicht authentisch Authentisch Hast du unseren Berg jetzt gesehen oder was? Ja ja ich bin zuhause Alles klar Das zuhause ist wo du willkommen bist Hey So haut da rein ich geh in meine Höhle Jo tschau Der Kerl ist voll vernaht in seine Höhle ne? Ja ich will sie erstmal finden Die ist voll hässlich Eigentlich haben wir voll hässlich da reingegraben Das ist voll unschön aber Mehr Glück als Verstand weißt du Drei Spawner schon Autsch Hast du mich gehauen? Nein ich bin ja an der Kiste Und Klatsch auf dem Po Ich hab sieben Diamanten mit Jetzt reicht's Wir haben elf Diamanten in der Truhe Drei verarbeitet Hast du dem Dings auch schon eine Diamantachs gebaut? Ja ich hab auch jetzt eine Ja der hat auch eine Okay dann haben wir wirklich 20 Diamanten gefunden Ja hier in den Öfen können wir doch alles mögliche brennen oder so Werkzeug hab ich jetzt mal da drüben in die Kiste rein Alles was man merkt sich haben Hast du Lavaeimer mitgenommen? Ja ich hab Lavaeimer zwei Stück reingelegt Wenn wir mal ein Portal brauchen oder sowas Darf ich einfach wenden? Ja kannst du haben Kann ich mir irgendwie nicht mehr ein Bett bauen ne? Vielleicht mal alles brennen was wir hier zu brennen haben Ich setze den Lavaeimer jetzt einfach mal da ein wo ich die ganze wo ich jetzt den 64er Stack Eisen reingepackt hab Wenn ich ein Bett baue dann spawne ich direkt am Bett oder? Ja richtig Und wie baue ich ein Bett? Ja ich würde aber hier Wenn du stirbst spawne ich direkt am Bett Ja da will ich ja nicht spawnen Hä? Weil ich hier in meiner übelsten Höhle bin Ich glaub ich hab den Eingang Hab ich eigentlich so Money? Nicht hab ich Money? Ja ich hab 30 Dollars Wie Dollars? Ja ich hab irgendwie so Economy Ich muss ein paar Plugins wieder runterschmeißen Ich hab einfach alle Ich hab alle drauf geklatscht was ich gefunden hab Laber mich nicht voll Junge Mit deiner Ghetto Präsenz hier Willst du Probleme? Ja ich hab einen Eingang gefunden Ich hab so viele Probleme du kannst echte Hälfte abhaben So jetzt geht los Jungs Wie kann ich mir was brauche ich um ein Bett zu craften? Ähm 3 Wolle und Holz Ah toll ich hab noch nicht mal Wolle dabei Du hast hier aber doch ein Du hast hier doch ein Bett Ja aber wenn ich stehe